Der Feind bekommt Verstärkung durch einen Panzerzug. Sehr gut! Ich helfe der Gradarte! Da oben! Heal Robert! Heal! 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 Komm zurück! Hier! Erste Hilfe für dich! Robert, der ist durch! Hinter dir! Er kommt zu dir! Der ist oben! Wo ich gestorben bin! Rechts! Andere Seite! Hinter dir! Heal Robert! Das mit der Shotgun ist eine gute Idee! Weißt du was? Ich tue das jetzt auch mal! Nice! Das ist mit der Kamera! Ich bin hier! Ja, wo bist du? In das Kampfgebiet zurück! Achso, nein! Nein, scheiße! Jetzt nicht mehr! Jetzt bin ich ein Shotgun-Tipp! Sorry! Angriff ist die beste Verteidigung! Ber征ung! Der Ernst! 覃 keine Kabinen! Gott, da kommt jemand! Da sind so viele Gegner, ich habe überhaupt nichts mehr gesehen! Manchmal muss man einfach die Leute niederstechen, aber Gott sei Dank hast du auch einen Schuss abgegeben, sonst hätte ich nur einen Durchmesserstich gebrochen. Wir verlieren Einsatzziel Berndtart, dass die Karte auf den Karte büsten kann. Der Flamenschütze ist tot. Ja, den habe ich gemisst. Nein, ich habe ihn mit der Shotgun auch nicht umgekehrt. Ich habe mal ungefähr 10 Lehm oder so, dass sie wieder gestopft sind. Sehr gut. Es war so geil, wenn es den Reifen ist. Es war so geil, wenn es den Weitersiebel so ist. Nein, das war offensichtlich. Wir rennen weiter zu A. Da. Ey, da hast du viel Schoten gemacht. Im Bunker sind 4 Leibers von. Wow, sind nicht viel. Oh, oh. Oh, geil. Dann ist da noch ein bisschen krank. Wait, what? Nein, der hat mich gesehen. Dann spielen wir den nicht. Fuck, die können auch. Die können auch. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Oh, nein. Wir haben den Sektor verloren. Fuck. Das Ziel darf nicht fallen. Verteidig das. Oh, nein. Ja, drei. Oh, nein. Steine rote. Die, die, die... Komm, geh runter. Oh, wir haben es weiter. Ja, drei, Folie. Blöch! Na, der hat mich dabei und nicht chargten! Oh, der Moki viel Schaden mit meinem Gas! Ich hab alles gegeben! Zur A, Jungs! Das ist wirklich cool! Oh, mein Leben! Im Haustand, voll viel Leif! Oh, ich hab einen Double-Modrig-Kannacken! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen! Verteidigt das! Erobert das Ziel! Aber jetzt holen wir uns A vorher, weil die werden jetzt so herrennen! Ich werfe eine Granate! Vorsicht jetzt! Robert! Fuck! Flammenschutze! Ich bin weg, ich bin weg! Komm mal, ich hab's überlebt! Ich stehe Flammenschutze! Wir verlieren Einsatzziel Bertha! Warte, warte, warte! Flammenschutze! Ich bin weg, ich bin weg! Komm mal, ich hab's überlebt! Nice! Jetzt kriegen sie voll viel Schaden durchs Gasgross! Du musst den Bayonet chargen! Dann kannst du den One-Hit! Da ist eigentlich ein Dynamik, nein, jetzt wird die... ...AT-Gunner stoppt! Fuck! Nein, er hat's schaden! Er ist fast tot! Ja, ein Panzerzug ist dauernd! Nein, da kommt... Robert! Ich glaub da kommt ein... Ist das ein Wachsoldat? Nein! Nein, das ist ein... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Sorge! Danke schlecht! Ich komm mal nicht solo durch diesen Dünner Gang! Wuscht, ich bin spawn lieber da! Ja, ich komm mal nicht solo! Nein, nein, wieso da? Wieso spawnst du da? Wieso spawnst du da? Fuck's an das Spiel! Man muss nicht gehen raus! Jetzt die Granate! Ich triff gerade viel Feinde durch mein Gas! Ja, Mann! Voll in Flammen! Alter! 200 Schaden mit Gas! 200 Schaden! 300! Fast 300 Schaden! Boah! Sand ist! Hilfe! Hilfe! Das ist das komplette Team! Oh, nicht schärfen! Oh, nicht schärfen! Wir wollen warten, wir wollen jetzt in der Nase in dieser Borgung! Blanwerfertyp kommt jetzt zu uns! Zweiter Gang bei A! Ist er! Nein! Ich bin ganz knapp am Flammenwerfer vorbeigebärnet charged! Verdammt nochmal! Warum? Warum rennt der so einen beschissenen Kreis rund um ihm? Das ist so dämlich! Das ist so schwer, dass du triffst mit dem! 아무� noch Passen, wenn wir sind wieZA! Nur wir wollen News》 ...Oil noch einen Palette mitый! Da muss ich kein Problem tun,st Ash-Sprung! 管herorten Nein, ich habe noch einen durch Gas umgebracht. Wer für die Tigersteiter werfen wohlfühlen? endes Jagd отметieren wir einmal! oder Acting Es für Iran! Wer kommt es dazu. Die Hälfte der feindlichen Truppen wurde besiegt. Jawohl. Ich versiege nichts mehr. Ich bin nicht vor, aber ich bin schlafen, wo ich bin. Wir verlieren. Beverteidigen. Um jeden Preis. So viel Feinde. So viel Feinde. So viel Feinde. Ich werfe die Granate. Los, ich kämpfe. Flammenwerfertyp kommt auf. Flammenwerfertyp fast down. Der braucht halt immer 2 Schüsse. Dann ist er weg. Gut, überlebe. Holt den. Aber die haben alle Punkte. Da waren so viel Granate. Nein, wir nehmen einen C. Sehr gut. Und einen nehmen wir auch. Glaub ich. Auch einen Blick. Gut aus. Ja, auch. Wollen wir langsam. Egal. Die verlieren wir wieder. Scheiße. C, 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 C. Wir müssen zu C. Zu C. Lauf, rauf, rauf, rauf. Ich bin schon gespawnt. Ich bin bei dir 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 gespawnt. Geh! Scheiße. Was ich sag's dir noch? Du bist weitergegangen. Blödsinn. Was? Das war knapp. Ja, du bist auch weitergegangen. Ja. Ich hab die wegknall oder? Oder auch. Ich werfe der Granate auffassen. Ich hab' die drauf. Wir verlieren Einsatzziel Aldert. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Ich hab zwei Gniss an. Noch 50 Angreifer. Nein, 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 nein. Komm, Paul, überlebe. Ja, ja, ich gebe mein Bestes. Ich bin jetzt nicht gestorben, Robert. Ich hab zwei Shot genommen, aber der hat mich sofort einen Hader gegeben. Da können wir ihn jetzt viel. Da können wir ihn so viel. Ey, der ist so krass auf C verteidigen. Wir müssen ihn jetzt so krass auf C verteidigen. Haut alles rein, alle Nades. Obwärgeschütze setzt sich überall hin. Alles auf C jetzt. Alles auf C jetzt. Jetzt kommt mal ein Hader. Halt euch die Gasgranaten rein und schmeißt das Fire in. Das wird nicht nach dem Himmel. Komm schon. Naja, wenn doch Gas erstmal umbraucht. Find ich super. Standard bei mir. Die AT-Rocket-Gun auf die Wege, wo es kämmt. So, da oben ist erst einmal Saved. Nächster ist Daunt. Aber das Dynamite habe ich gut gelegt. Nächster, belebt mich. Der checkt alles. So spielen wir. Danke, Junge. Flammschützer kriegst du oder was? Ja, sieben. Nein, sieben. Doch Flammschützer mitgegangen. Bayern nicht schargen, Grissel. Der direkt vom Wege kommt. Der ist auf dem Übel um. Den können wir nicht Bayern nicht schargen. Versuch den mal rein. Wir halten, wir halten. Versuch den Flammschützenden. Ich bleib bei C. Lauf, 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 lauf. Wir nehmen die AT-Gun. Schieß die Atem. Facken, zwei, nicht mehr. Ich hoffe, wir haben ein paar Mal mit der Schottkamerappe. Ganz, dass wir gut sehen. Nein, wir halten. Der liebeste das Scheißig aus hier. went. Das war ja. Tut mir leid. Aber wir halten, wir halten. Sehr gut! Jaaa! Jawoll! Jaaa! Bam! Zweiter, dritter, vierter! Ohne uns hätten sie das niemals geschafft! Niemals! Das ist das Kampf des Todes! Und jetzt... Huch! Der Feind bekommt Verstärkung... Ja, ja, ja! Passt ja! Wir haben sicher einen besseren Fahrer als wir zuerst! Also, als Sektor zum Verteidigen habe ich mir diesmal wieder mal C ausgesucht! Wir verlieren Einsatzziel Albert! Warte, wenn wir ihn nachholen... Ich muss einfach irgendwie... Das ist ja ein Panzerzug! Das ist immer noch ein Schuss, wenn er da ist! Also, weil der Beschuss... Wir haben Einsatzziel Albert verloren! Also, jetzt! Das ist immer noch ein Schuss! Ich habe jetzt noch ein Schuss geschaden! Ich habe ihm 30 Schaden gemacht! Du bist beim Wegrenz, Chrissie! Chrissie! Du rennst von vorne mit AT-Rocket-Camp, ich schier's am schlimm. Das war der Paul. Spawner's Medic. Spawner's Medic. Was war Robert? Ich hab mal alle den nicht verstanden, was? Spawner's, Spawner hinten vor als Medic. Wenn du mit der AT-Rocket-Camp da gesessen. Ja. Auf dem Team schluss. Ja. Und du rennst von einem AT-Rocket-Camp. Die Reketten explodiert natürlich an dir. Achso, tut mir leid. Aber ich hab den Zug 30 Schaden gemacht. Ich hab den Zug so viel Schaden gemacht, ich hab ihn mit C4 zu betrachten. Ja, ja, ich auch mit C4. Aber ich hab ihn nicht gescheit getroffen. Scheiße, nein, verdammt. Ich hab dem alles gegeben, was ich gehabt hab. Jetzt hat der Zug aber hergeschaut. Jesse, wo bist du hin? Am Feldgeschütz. Ah, ich hab nichts. Wow, ich bin nur geflogen, Alter. Frist Gas! Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Robert, ich muss leben. Nein, ich bin tot. Robert, wiederbeleben. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Schesse. Ah, diese Hurensöhne. Das ist bei mir, Boys. Bin bei dir. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Vorsicht, die erste Granate! Die erste Granate! Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Sorry für das Gas, das ist meins. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Wir haben einfach mit jedem Schiff drauf geschossen, den wir kumpen konnten. Ja, der hat irgendwie... Hahahaha! Mein Dynamit, Alter! Jawohl! Zum zweiten Mal einfach. Ich schmeiß' dir ein T-Wort gemütlich und dann kommt er und dann bumm und dann kriegt er. Es gibt nichts Schöneres als Dynamit. Boah! Dann haben wir uns überleben. Ich versuche es. Wenn's wieder geht. Was ist so Spaß? Die Mehrkosten nicht aus der Granaten schießen, du Arschloch, oder was? Stirb! Tot! Nein! Robert, beleben! Ich hab' jetzt schon gespawnt in China. Mist! Du bist schlecht. Du musst erst zu dir rennen. Ich bleibe in den Cover. Ich komm' so schnell es geht. Zu spät! Ich bin schon wieder gespawnt währenddessen. Wir sind nicht gespawnt, nämlich. Ich glaub' das schon nötig. Und vielleicht. Nein, Cressy! Jetzt bist du gestorben, jetzt bin ich ganz hinten gespawnt. Ja, blöcke ich. Ich muss scheiß' sein eigentlich. Oh, jetzt geht's wieder. Oh, jetzt geht's wieder. Nein, nicht sterben. Na, Paul. Ich bin nicht gestorben. Ah, B, K. Ich spiel die dann auch, du, A. Ja, Gasgranatenkill. Wieder einmal. Ja, ist natürlich, wenn's in Gefecht kommst, und du schießt los schon vorne, dann wechselst du den Sparten. Ich bin nicht gestorben. Oh, ich bin nicht gestorben. Triple kill! Wenn's nicht. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ein Schuss von der Körner war krasses Spray. Tot! Die Körner war krass! Alle Sprengsätze sind in Position. Wie das immer wieder funktioniert. Das Dynamit ist so geil. Jetzt habe ich sogar einen Double-Click gemacht. Das Dynamit ist ohne Spreis, das ist so nice. Du Sado. Du musst die umtraun jetzt. Du musst die umtraun. Ah, ein zu mir. Cool. Ja, ich konnte sie nicht mehr verteidigen. Sorry. Ich habe sie so lange verteidigt ohne Spreis. Ich habe sie mit meinem C4 die ganze Zeit geholt. Sie haben mich so vernichtet. Wir haben Einsatzziel Albert erobern. Ja, ich konnte sie nicht mehr bewegen. Ja, ich habe einen HP verdruckt, sorry. Ich habe nicht gewusst, dass wir ihn auch haben. Schon wieder. Oh, Scheiße, ich bin geshotkant worden. Ich bin aber eigentlich C zurück. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Ich bin aber eigentlich C zurück. Das ist ein bisschen anstrengend. Wer soll ja? Du musst mit Stratten spielen. Ich spiele rechts. Stimmt nicht. Ich spiele es nur aus der Hüfte. Und triff locker. Ja, aber du brauchst viel mit der Schüssel. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ich habe die Rücke. Ich habe jetzt so gesagt, ich habe die Rücke. Das hat einfach so geiles Hüftfeuer. Ja, das lächert. Ganz schlecht. Ah, die Experimental. Vom Sniper. Ja, aber die ist leider nicht gut. Die ist so 1000% accurate aus der Hüftenfläche. Ja, aber das ist leider auch das Einzige, was wir machen. Ja, aber das ist doch egal. Ja, so schierst du. Ja, so schierst du irgendwie. Granate los! Das ist... Ich fahre wieder mit dem Gas. Ja! Und mit meinem Dynamit, das was ich da platziere. Warten wir wieder ein wenig. Vielleicht kommt er. Und bitte lasst einen Feind einmal kommen. Bitte, Alter! Nein! Trümmerkill! Ich habe einen Trümmerkill gemacht. Was habe ich denn da? Achso, das Dynamit habe ich gesprengt. Jupp! Ah! Oh, Spass! Das ist ein Wichser, Alter! Stopp! Bewegt dich doch! Ich kann Granate auffassen! Mann, ey! Mal ruck, wie du siehst. Oh! Na! Na! Das sind gar noch ein paar. Ich habe schon wieder zwei mit der Gaskanate geholt. Das war es wert. Halt den Ziel. Ja. Vor allem, weil wir gerade noch verlieren sind und wir einen Punkt haben. Robert! Ich weiß nicht, auf was ich gestorben bin. Durch mein eigenes Gas! Haha! Ich habe meinen Gasmasstensport aufgesetzt. Hahahaha! Aufpassen! Granate raus! Du, den Gaskanaten einfach raus! Oh, Alter! Wer schmeißt dich mit dem ganzen Gas? Ja, das ist besser. Wer will? Hey! Sei ruhig! Die haben uns gerade das Leben gerettet! Wir können auch nicht hier! Du, stopp! Wir verlieren Einsatzziel Cäsar! Aber das hilft! Glaubt es mir, das hilft! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren! Jetzt die Granate! Vor allem, ich habe schon wieder zwei mit der Gasgranaten cool. Das hilft! Und wie das hilft! Ja! Kommt sie! Ja! Vierfach kill! Fünffach kill! Boom! Der ganze Spot ist clear, Alter! Ich habe gerade ohne Weg geholt! Kommts zur C! Wir machen das jetzt! Wir sind auf den See! Ja, easy! Dann gewinnen wir das jetzt! Kein Stress! Wir schaffen das! Wir haben den Sektor verloren! Wir haben den Sektor verloren! Ich habe noch nie so viele Kills mit Gas gemacht! Ich habe noch keine Perlemische essen gegen den Spitzen, bitte. Aber wir können ebenfallsbean Jewelaces und soGIYden Cash geknrás! Ich wende die große Kotling! Ich wende die ganze Menge aus! Ich bin dran! Krass, jetzt Spielgang zu testen. Ernsthaft? Warum ist man eigentlich so ethische Musik? Alles kurz vor Ende ist. Ich werde nur 2 Beile gefützt. Das ist das Beil, dieses stümpfe Nahkampfwaffe. Noch 20 Angreifer. Sie geben färfen, Geil! Wir sind letztlich in der Fall, Jungs! In unserer Wand! Geht nicht! Auf den Chrissy! Na, er hat mich geschockt, ganz. Wir verlieren Einsatzziel, Bertha. Okay, dann müssen wir nicht... Dann müssen wir gleich erledigen. Facksam ist viel! Wurscht, wurscht, wurscht! Ja, wie denn das? Was? Nach dem fucking letzten Kill mit scheiß Gas, ihr Pisser! Ich werde helfen! Schleicht euch! Schleicht! Ja! 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 Jetzt können wir über einen Frieden verhandeln! Mögen Hass und Tod endlich hin! Sagt nur einmal wer was über mein Gas, Alter! Ohne Spaß! Das hat mir jetzt so viele Punkte gebracht! Und so viel Killz! Wenn der deutsche Heer die Mars-Argonnen-Offensive zurückgeschlagen hätte! Oh, mein Gott, Alter! Sehr gut! So, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ja! Ich will natürlich ein Sieg der Autor und seine Erländer vergnüglich! Bis zum nächsten Mal! Und haut rein und gebt Gas! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal!